Ich begrüße euch, liebe Todweichunerleute und liebe Gäste. Ich bin von Waschkut gekommen. Waschkut ist in der Komitat Batschko und die jugoslawische Grenze ist nicht weit. Ich habe ein altes Instrument, das war mein Großvater soins, und ich spiele circa 10 Jörner. Ich spiele zwei Stück und ich bin von Gernspäzieren. Ich bin von Wärmwitz, das war mein Großvater. Ich bin von Magyar-Ul, ich bin von Wärmwitz, ich bin von Wärmwitz. Ich bin von Waschkut, aus Batschko-Megy, nicht weitemig von Jugoslaw-Hatart. Ich bin ein Wachstuhl-Einbiselet, ich bin ein Wachstuhl-Einbiselet, das ihr sehr verehrt, dass ihr sehr verehrt. Vielen Dank! Musik 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 Vielen Dank.